Tipps und Tricks zum Thema Klettersteig. Das ist heute der Überbegriff für den Klettersteig-Grundlagenkurs. Viele kleine Helfer und viele große Sicherheitstipps gibt es heute einmal kompakt zusammengefasst, um euch im Fall der Fälle Klettersteige deutlich angenehmer gestalten zu lassen. Los geht's! Heute ist die vorletzte Episode des Klettersteig-Grundlagenkurses. Welcher Grundlagenkurs danach stattfinden soll, das könnt ihr übrigens auch mit ABE einflussen. Es stehen nämlich noch viele tolle weitere Bergsportdisziplinen offen und ungeklärt im Raum. Daher könnt ihr durchaus auch Vorschläge zu Überkategorien machen, aber über kurz oder lang kommt natürlich jedes Thema irgendwann mal dran. Jedoch werden wir diese und nächste Woche noch im Zeichen der Klettersteige verbringen und heute ein paar kleine Tipps offenlegen. Da es sich um kleinere Punkte handelt, die manchmal nicht miteinander unbedingt zusammenhängen, gibt es unten in der Zeitleiste die Kapitel, die euch zu den einzelnen Themen springen lassen. Fangen wir beim Punkt Klettersteig-Grundschuhe an. Das habe ich im Ausrüstungsvideo zu den Klettersteigen schon erwähnt, aber darauf wollte ich an dieser Stelle nochmal etwas genauer eingehen. Bei Klettersteig-Grundschuhen gibt es einen Punkt, der viele von euch vielleicht nach etwas längerer Zeit schockieren wird. Sie gehen ziemlich schnell kaputt, wenn man viele Klettersteige macht, vor allem wenn man schwerere Steige macht, in denen das Seil ja oftmals auch eine wichtige Aufstiegshilfe gerade bei den Händen ist. Dafür sind Klettersteig-Handschuhe aber eigentlich ganz schön teuer. 30 bis 40 Euro kann man für so Handschuhe schon mal schnell loswerden, zumindest bei den etablierten Marken. Bleibt natürlich die Frage, ist es das wert, zweimal pro Jahr neue Handschuhe zu kaufen beispielsweise? Klar ist, das ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt auch eine Alternative. Alle Gärtnerinnen und Gärtner unter euch haben nämlich bereits ziemlich gute Klettersteig-Ersatz-Handschuhe zu Hause herumfliegen, wissen davon aber vielleicht nichts. Denn Gartenhandschuhe sind eine großartige Alternative für den Klettersteig, also quasi die guten alten Gardena-Handschuhe. Der Punkt ist nämlich, dass die Gardena-Gartenhandschuhe zwar keinen Lederanteil haben oder anderweitige Features, das ist eigentlich unfassbar, dass man heute bei Handschuhen von Funktionen spricht, aber dennoch vor dem rauen Stahlseil und offenen Händen schützen kann. Diese Gartenhandschuhe kosten, gut, von der Gardena natürlich ein bisschen mehr, aber von der Idee her ist die Obi-Eigenmarke oder was auch immer genauso effektiv und da kosten die Dinger gerade mal zwei Euro. Der Punkt dabei ist, diese Gartenhandschuhe halten nicht ansatzweise so lang wie Klettersteig-Handschuhe. Aber wenn man das Ganze jetzt mal aus einer ökonomischen Perspektive sich anschauen will. Klettersteig-Handschuhe halten meinetwegen 20 ausgedehnte Klettersteige aus. Dann kriegen sie durch den Abrieb meist schon löchrige oder dünne Stellen, wenn man das Stahlseil viel nutzt. Die guten Gartenhandschuhe halten rund 5 Touren bei vergleichbaren Touren durch. Hat man für Klettersteig-Handschuhe sagen wir jetzt mal 30 Euro bezahlt und für die Gartenhandschuhe 2,50 Euro, dann ist man nach 20 Touren immer noch 20 Euro billiger ausgestiegen als mit Klettersteig-Handschuhen. Das Ganze mag jetzt vielleicht ein bisschen nach Erbsenzählerei für viele klingen, aber unterm Strich ist vielleicht für den ein oder anderen Vielgeher von euch eine Überlegung wert. So oder so, die Gartenhandschuhe schützen nicht vor Verletzungen durch einzelne größere Litzen. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass der Schutz bei manchen Klettersteig-Handschuhen diesbezüglich auch nicht zu 100% gewährleistet ist. Aber kommen wir noch zu einem weiteren Tipp für Klettersteige, der ganz sinnvoll sein kann. Es geht nämlich um die Sicherheit der Tour. Die Tourenplanung ist bei einem Klettersteig ja schon an anderer Stelle angeschnitten worden. Aber vor allem der Faktor Zeit ist beim Klettersteigen natürlich nicht unwichtig. Gerade im Hochsommer, wenn vielleicht Wärmegewitter ein Risikofaktor sind, dann sollte man nicht zu lange im Klettersteig sein. Aber wie lange braucht man denn eigentlich für einen Klettersteig? Beim normalen Berggehen ist es ja relativ einfach. 300 Höhenmeter oder 4 Kilometer pro Stunde, kleineren Zeitwert halbieren und dann zum größeren Addieren. Fertig ist die Wegzeitberechnung. Beim Klettersteig kann man diese Formel nehmen und problemlos in die Tonne treten. Fakt ist, je nach Schwierigkeit unterscheidet sich die Dauer. Vor allem, wenn man bei schweren Steigen auch mal viele kleine einzelne Pausen einlegen muss. Trotzdem gibt es Richtwerte. Bei schweren Steigen kalkuliert man etwa eine Stunde für 100 Höhenmeter. Distanzen braucht man hier nicht berücksichtigen, da Steige jenseits der Schwierigkeit C ohnehin meist sehr senkrecht verlaufen. Erfahrene Geher schaffen 100 Höhenmeter aber auch schneller. Werden die Steige leichter, kommt es ein wenig auf die Absicherung und die eigene Fitness an. Denn wer im leichteren Gelände sehr schnell unterwegs ist, wird bei B-Steigen in der Regel nur 30 Minuten für 100 Höhenmeter brauchen. Richtig schnelle Geher teilweise auch wieder weniger. Daher gilt, schwere Klettersteige dauern bei gleicher Höhenmeteranzahl in der Regel etwas länger, da man etwas langsamer unterwegs ist und weniger Gehgelände hat. Leichtere Klettersteige sind schneller abzugehen. Jedoch brauchen sie grundsätzlich immer deutlich mehr Zeit als das reine Wandern. Das darf bei der Tourenplanung nie unterschätzt werden. Vor allem, weil Klettersteige eine große Gefahr bei Unwettern darstellen. Natürlich ist das Gewitter am Berg immer eine unangenehme Angelegenheit, aber Klettersteige sind im Unwetterfall tatsächlich lebensgefährlich. Daher gilt hier auch schon der nächste Tipp. Nur weil es am Klettersteig mal etwas zu regnen beginnen sollte, muss man sich nicht gleich fürchten, sofern die Schwierigkeit dadurch nicht über das eigene Können hinauswächst. Doch sobald ein Gewitter kommt, wird es ernst. Daher sollten extrem heiße Tage im Hochsommer berücksichtigt werden und eine gewisse Unwettergefahr in den Nachmittagsstunden im Idealfall auch einkalkuliert werden, um bei sehr langen Klettersteigen wie beispielsweise dem Prielklettersteig sicher unterwegs zu sein. Denn dass sich ein Stahlseil und ein Blitz nicht gut miteinander vertragen, das muss ich glaube ich niemandem lange erklären. Worüber man aber durchaus noch reden kann und sollte, ist ein Thema, das ich am Klettersteig wirklich oft beobachte. Das Gepäck mancher Leute. Wir haben ja schon vor einiger Zeit über die notwendige Ausstattung am Klettersteig gesprochen und dazu sei natürlich gesagt, dass die Grundausstattung wie Biwaksack und Erste-Hilfe-Paket selbstverständlich auch Teil der Ausrüstung am Klettersteig sind. Viele Leute sind in Sportklettersteigen jedoch ganz ohne Rucksack unterwegs und das sollten wir vielleicht kurz besprechen. Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass jemand, weil er ohne Rucksack unterwegs ist, schlecht ausgerüstet ist. Hier gibt es nämlich einige Workarounds. Beispielsweise kann man sich die Trinkflasche an den Gurt hängen und natürlich auch das erste Hilfepaket. Die Lösung dafür ist, dass man es sich hinten an die einzelnen Materialschlaufen hängt oder eben auch an die Seite. So kann man auch ohne Rucksack im Klettersteig unterwegs sein. Voraussetzung ist aber natürlich, dass man all sein Zeug bereits beim Auto angelegt hat und dann natürlich auch über den kompletten Abstieg wieder am Körper tragen muss. Wenn ein Sportklettersteig aber nicht zu mühsamem Abstieg ist, ist das durchaus auch eine Option. Was jedoch keine Option ist, ist die Dinge einfach zurückzulassen und nur mit einem Klettersteigset, Rastschlinge, Klettergurt, Helm und Schuhen loszuziehen. Das ist eindeutig zu wenig für diese Sportart. Auch bei kurzen Steigen übrigens. Natürlich nehmen viele bei kurzen Steigen keinen Rucksack, weil er auch irgendwie störend sein kann. Ja, oder vielleicht zu schwer, zu groß, zu sonst irgendwas. Aber da empfehle ich euch günstige, kleine Rucksäcke wie den Rock oder den Cliff von Decathlon von Simon. Die sind extrem leicht und fallen auch kaum auf. Zu guter Letzt noch ein absolut essentieller Sicherheitstipp, der ebenfalls oft nicht bedacht wird. In leichten A-Passagen neigt man dazu, nur einen Strang des Klettersteigsets zu verwenden. Dabei hängen viele den zweiten Strang eiskalt in den eigenen Anseilring. Zumeist, weil ihnen die Konsequenzen hier nicht bewusst sind. Durch das Einhängen in den Anseilring wird das Klettersteigset kurz geschlossen. Der Bandfalldämpfer kann sich letztlich nicht vollständig entfalten und der Arm des Klettersteigsets reißt. Die Folge ist ein Absturz. Deshalb hängt euch immer in den zweiten Strang ebenfalls ein oder hängt ihn in den Karabiner des ersten Arms. Dadurch habt ihr keinerlei Risiko, irgendwie die Sicherheit des Sets zu minimieren. So, das waren noch einige meiner Meinung nach nicht ganz unwichtige Punkte, die es wild zusammengewürfelt zu bedenken gibt, um am Klettersteig sicher und mit Freude unterwegs zu sein. Falls euch noch irgendwelche Tipps einfallen sollten, schreibt mir das unbedingt gerne in die Kommentare. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Daumen hoch unterstützt mich sehr, genauso natürlich auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghall. Ciao!